Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu eurer Nummer 1 in Sachen Electronic Dance Music. Herzlich willkommen zu Klapson TV und heute haben wir jede Menge News für euch. Und zwar von unter anderem Like Mike, der hat nämlich mal bewiesen, dass er einen ordentlichen rechten Haken hat. David Guetta war wieder drauf bis oben hin und Spotify hat mal wieder Probleme. Ja, wir haben jede Menge Neuvorstellungen und ein sehr verstörendes Kunststück der Woche. Ja, wer nicht warten kann und das unbedingt sehen will, ihr kennt ja die Links. Und für alle anderen schön zurücklehnen, anschneiden und ganz viel Spaß mit der Nummer 1, Klapson TV. Eine Liste von E-Mail-Adressen, Benutzernamen, Passwörtern und Kontodetails wurden via Pacebin geleakt. Okay, dass hin und wieder mal so ein Hackerangriff passiert, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich daran ist nur, dass in gleichem Atemzug diverse Spotify-Kunden, divers ist gut, eigentlich sehr viele, einen Hack gemeldet haben. Spotify reagierte da ziemlich schnell drauf und sagte, also wir können hier keinen Hack erkennen und eure Daten sind auf jeden Fall sicher. Sicher. So sicher wie die Rente. Die Untersuchungen laufen noch und es ist wirklich noch nicht zu 100% fest, ob die Daten von Spotify sind oder von einem anderen Unternehmen. Aber es sieht auf jeden Fall danach aus. Auch wenn die Daten etwas veraltet sein sollten, ist es natürlich der Fall, dass viele Leute ihr Spotify-Passwort auch meist für Social Media nutzen. Leute, nochmal zur Anmerkung. Passwörter. Ich weiß, es ist immer schwer zu merken, aber nehmt doch nicht ein Passwort für alle Formate. Also Facebook, Twitter, Spotify und meine Sparkassen-Online-Banking-Zentrale. Überall das gleiche Passwort. Kann ich mir besser merken. Nein, nicht machen. Falls wir mehr über Spotify erfahren, beziehungsweise ob es nun wirklich ein Hackangriff auf die Datenbank von Spotify gewesen ist, dann erfahrt ihr es definitiv bei uns. Aber ey, wie Spotify schon sagte, eure Daten sind sicher. Ach ja, das Tomorrowland-Festival war mal wieder in Brasilien am Start. Und wie ihn verwundert, David Guetta war auch mit dabei. Das ist ja an sich nichts Besonderes, weil David Guetta ja mit zu den Headlinern gehört. Und egal auf welchem Festival, irgendwie David Guetta muss halt nun mal mitspielen. Was aber besonders ist, dass er irgendwie die Angewohnheit hatte, auf dem Tomorrowland-Festival nicht ganz derselbe zu sein, wie er eigentlich normalerweise ist. Falls ihr euch nicht daran erinnern könnt, wir zeigen euch jetzt nochmal den Ausschnitt von seinem letzten Auftritt auf dem Tomorrowland-Festival. in Belgien. Guckt euch das mal an. Melς Guttwur-Festival. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Leute, wer von euch hat Bock den ganzen Tag Pornos zu gucken und dafür auch noch knapp 3000 Euro zu verdienen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Möglich macht das die Hornslethbar im dänischen Aarhus... Aarhus... Verstehst du? Porno-Aarhus... Versteht das, ne? Die suchen nämlich von Ende April und den ganzen Mai rüber einen sogenannten Porno-DJ PJ nennen sie das Was ist eure Aufgabe? Naja, ihr bekommt einen separaten Raum, nur für euch, den dürft ihr natürlich auch abschließen Ein Rechner, diverse Pornofilme auf DVD und Blu-Ray und Zugänge zu diversen Online-Plattformen Hm, was müsst ihr machen? Erstmal ordentlich einen von der Palme jucken, bis das brennt Und dann müsst ihr euch 60 Stunden lang Pornomaterial zusammenschneiden Also es geht nur um die Tonspur Die braucht der Besitzer nämlich für seine Toilette Genau, denn dort möchte er nämlich das Ganze über Lautsprecher laufen lassen So, man könnte jetzt sagen, schneidet doch einfach irgendwie eine Stunde Pornomaterial zusammen und lasst das in der Schleife Komm, nein, das ist nicht das gleiche Er möchte schon 60 Stunden lang unterschiedliches Gestöhne hören Nicht immer nur ein und dieselbe Unterschiedlich Ja, was ein Job Den ganzen Tag Pornos gucken 60 Stunden zusammenschneiden irgendwie Geld dafür kriegen Alleine, also mega Ja Okay, Fakt ist, wir haben schon Ende April Und ich glaube, die Stelle ist bestimmt eh schon weg Wenn nicht, bewerbt euch einfach mal Wir haben euch den Link unten in die Videobeschreibung gepackt Wenn einer von euch es schaffen sollte, schickt mal ein Foto Geile Geschäftsidee Ja, die Schweizer, die sind ein fleißiges Völlchen Und kaum ist Nora & Pure eigentlich mit diversen Nummern noch in den Top 100 der Beatport Charts vertreten Gibt es auch Schwumms Schon die neue EP und gleich mit drei neuen Liedern Lake Arrow EP heißt das neue Meisterwerk Okay, Meisterwerk ist da ein bisschen hoch angegriffen, denn es ist eigentlich nichts Besonderes Es klingt genauso wie das wie vor drei Jahren schon Also irgendwie passiert da in dem Nora & Pure, EDX, Croatia Squad, was da alles noch dazu gehört Irgendwie passiert da keine Entwicklung Meiner Meinung nach, vielleicht seht ihr das ja anders Hier kriegt ihr auf jeden Fall schon mal einen kleinen Vorgeschmack Auf die neue Nora & Pure, Wippie Alter Der kann man auch von woanders her Und da könnte man auch von oben Also wie ihr seid, woanders her Ich bin ein paar Tage zu setzen Ich bin ein paar Jahre Ich weiß nicht, aber auch von oben Ich bin ein paar Tage zu lassen Auch unsere Jungs von 5 Sterne Deluxe melden sich wieder zurück. Nein, ich meine natürlich Mubutika, die haben nämlich eine neue EP herausgebracht mit zwei richtig fetten Tracks. Herausgekommen ist sie auf Formatic, das Label von Format B und ja, sie haben sich weiterentwickelt. Also auf jeden Fall klingen die beiden Titel sehr frisch. Above You Trouble heißt die eine Nummer und Love You die andere. Und beide sind mega. Ein bisschen neusy alles, aber alles groovt richtig, hat einen schönen Shuffle-Sound und geht ordentlich nach vorne. Also mir gefällt es richtig gut und ich hoffe euch da draußen auch. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, gibt es jetzt schon mal eine kleine Preview. Viel Spaß. Kloßmanns Label Guru Records entwickelt sich ja immer mehr zu einem richtig fett. Elektro-House-Label, ich meine da kommt ein Knaller nach dem anderen. Und so auch inzwischen die zweite Single von Raven und Crane. Rock now. Und die Nummer, die rockt. Also da ist der Name eindeutig Programm richtig geil produziert, aber mittlerweile hätten wir glaube ich von dem Label Guru auch nichts anderes erwartet. Es schaffelt, es groovt, es hat einen schönen Wow-Wow-Garage-Electro-Sound. Also genau das, worauf wir stehen. Sehr dickes Ding und richtig geil produziert und sehr gut gemacht. Also in diesem Sinne schon mal Chapeau. Es ist die zweite Nummer, also ich glaube das Projekt wurde extra für das Label irgendwie kreiert. Vielleicht wisst ihr da ja mehr, haut das mal unten in die Kommentare. Und hier gibt es für euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf Rock now. Und hier gibt es für euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf Rock. Rock right now, rock right now, I wanna rock right now, uh, I'm in MC and I came to get down. Trap ist ja seit ich weiß nicht wie vielen Monaten ordentlich am kommen oder es ist eigentlich schon längst da. Trap-Sound findet überall statt, entweder in irgendeiner Chart-Nummer oder in irgendeinem EDM-Track oder selbst in Diebhaus-Titeln findet irgendwo immer ein bisschen Trap. Ja, irgendwie ist Trap immer verbaut und es ist auch immer ein, ja, wie soll man sagen, ein energielastiger Modus, der da aktiviert wird. Also das Genre geht schon richtig gut nach vorne. Da ist es auch klar, dass wir hier bei Clubsons TV auch mal eine Trap-Nummer vorstellen. So auch die neue Single von Partyfavor. Was für ein Name, Partyfavor. Ja. Bastem heißt deren neuen Single und die ist, ja, Trap-lastig ordentlich fett nach vorne. Also, was soll man zu Trap eigentlich sagen? Du, 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 dum, brim, bim, also ja, es ist halt Trap. Fett produziert. Das muss man nämlich mal wirklich sagen, die meisten Trap-Nummern sind wirklich gut produziert. Es knallt, es drückt und man hört alles. Also, wirklich gut gemacht. Ja, was soll man zu dem Titel mehr sagen, außer, dass er ordentlich rockt und ordentlich trappig ist. Der wird bestimmt wieder in irgendetwas anderem verbaut, Mashup-mäßig und ihr kennt das ganze Gespiele. Ja, hier für euch gibt es auf jeden Fall schon mal eine kleine Preview auf Bustamp. Viel Spaß. Ja, hier für euch gibt es eine kleine Preview auf Bustamp. Im Original ist der Titel Closer von S.I.M. eigentlich eine sehr schöne Diebhaus-Nummer. Nun gibt es fünf geile Remixe dazu. Okay, ehrlich gesagt ist nur ein Remix davon richtig geil und zwar der von Just Say Yes. Und der kommt, wie man das mit dem Projekt eigentlich auch verbindet, in einem richtig fetten Elektro-Sound. Und zwar ordentlich Garage-Elektro. Richtig schön gewabbt und geweebt und gewoopt an jeder Seite. Und vom Original-Thema ist nicht viel übrig geblieben. Ein paar Edits, Snippets und ein bisschen ein Break so. Aber ist auch egal. Es schwuft. Man kann so ordentlich abrocken im Club zu der Nummer. Richtig geiler Remix. Die anderen Remixe sind auch nicht schlecht, aber der Mix sticht auf jeden Fall heraus. Herausgekommen ist das ganze Teil auf X-Tone Records. Das Label von Axewool. Und hier für euch gibt es schon mal einen Vorgeschmack. Und hier für euch gibt es schon mal einen Vorgeschmack. Das die Holländer sich gegenseitig richtig supporten, wissen wir ja mittlerweile. Und dass man sich auch mal gerne so gegenseitig ins Studio holt, das wissen wir auch. Und so ist es auch nicht ganz verwunderlich, dass Mr. Sander van Dorn sich Gregor Salto ins Studio holt. Und da muss man ehrlich sagen, ey, das ist eine geile Kombi. Sander van Dorn, Gregor Salto. Das könnte schön nach vorne gehen und ordentlich Gas geben. Ja, was ist ja rausgekommen? Tribal heißt die Nummer. Und die ist richtig, richtig scheiße. Muss man einfach mal sagen. Sowas habe ich wirklich seit langem nicht mehr gehört. Man hört eindeutig so ein bisschen den Salto heraus mit seinen Tribal-Trommel-Sounds. Aber das Teil ist einfach nur nervig. Die Sounds oben, das ist nur und das ist so schrecklich. Ich habe sowas noch, Gottes Willen. Wombas war schon scheiße von Tiestu. Aber die Nummer. Ich weiß nicht. Findet ihr das geil, wenn das die ganze Zeit so... Das ist doch nicht geil. Das klingt doch echt wie Hinge... Also, äh, ja. Also, ist auf jeden Fall unsere Meinung. Und deswegen auch unser, ja, Schreck der Woche. Dreck der Woche. Das könnt ihr euch gerne aussuchen. Was euch da besser gefällt. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Für alle, die jetzt sagen, jetzt muss ich das Teil unbedingt hören. Hier von euch die neue Single von Sander van Dorn. Gott ist die Kacke. Boah. Tribal. Musik Kommen wir nun zu unserem Brett der Woche und das stammt dieses Mal aus Australien und besser gesagt vom Produzenten Flum und der junge Mann Chapeau, der hat das wirklich, wirklich drauf. Er schafft es Hip-Hop, Elektro, allgemeinen elektronischen Sound, groovy, aber trotzdem breakig, richtig geil umzuwandeln. Jetzt sagen viele von euch da draußen, das gehört alles schon mal, hier hör doch mal den, hör doch mal den. Ja, alles schön und möglich, aber Flum schafft es, diesen ganzen Sound richtig fett zu machen und einfach eine unglaubliche Produktion hinzulegen. Und somit könnt ihr euch auch gespannt auf das neue Album freuen. Skin, das wird der Oberhammer. Schön ist, dass Flum nach und nach auch Tracks davon schon zum Streamen bereitstellt, entweder auf Soundcloud oder auch zum Kaufen oder Spotify, je nachdem. Und so ist auch die neue Single schon am Start zusammen mit To Flow. Say It heißt diese und Alter, Leute, also ohne Flachs richtig, richtig geil. Die Vocals sind der absolute Oberhammer. Na gut, was anderes ist da auch nicht zu erwarten. Die Produktion ist fett, es stimmt, es klingt alles. Ne richtig geile Nummer. Also das Teil ist echt High Level. Chris sagt Belanglos. Ich, also unglaublich. Unglaublich. Wie sehr, also was sagt ihr da dazu? Sagt doch mal eure Meinung, sagt ihr, wie findet ihr das Ding von Flum? Sagt ihr, ey Flum mega, das ganze Album mega, feiert den total oder sagt ihr, nö, ich glaube, jetzt kann ich nichts anfangen. Ich finde das, Chris hat da vollkommen recht, ich brauche auch wow, wow, wow. Ich habe nicht Belanglos gesagt. Ja, gut. Nein, habe ich nicht. Was hast du dann gesagt? Ne, hm. Ja, hm, geht so, genau. Eure Meinung einfach mal unten in die Kommentare, ob ihr auch geht so oder genauso wie ich macht. Hier auf jeden Fall unser Brett der Woche, nein, sorry, nicht unser, mein Brett der Woche. Hier ist Flum und Say It. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommen wir nun zu unserem Classic of the Week und das kommt dieses Mal aus Schweden und besser gesagt von Steve Angelo und Eric Pritz. Ja, wer jetzt denkt, geil, jetzt kommt Woos not Woos, nein, das kommt jetzt nicht, sondern es kommt aus dem Jahre 2004 Voices im Eric Pritz Remix. Und eins muss man den Schweden nun mal lassen, Musik machen können die, also das haben die richtig drauf. Und vor allem Steve Angelo, der hatte das schon immer irgendwie drauf, aber früher war es noch sehr groovy, housey und trotzdem richtig geil nach vorne. Und auch Eric Pritz, okay, der macht heute noch extrem geilen Sound. Das war einfach, diese Schweden-Kombo war einfach nur geil. Ist sie heute auch noch, aber damals war sie schon, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ist ja auch egal, denn hier ist unser Classic of the Week, hier ist für euch Steve Angelo mit Voices im Eric Pritz Remix. Richtig fettes Ding. Oh, ich tue es down in my head. Fett, einfach nur fett. Viel Spaß. Also ich tue es down in my head. Oh, is this sound in my head? Oh, is this sound in my head? Was machen Kinder aus der 8. Klasse am liebsten? Also, man muss dazu sagen, sie kommen aus Ost-Vorpommern, da ist eh nicht so viel los, wenn sie Langeweile haben. Ja, sie machen Musik. Und das, gar nicht so gute Musik. Ja, gut. Oh, ist das schlimm. Diese Musik machen sie aber nicht alleine, sondern mit ihrem Rap-Lehrer Alibaba. Genau, die haben einen Rap-Lehrer Alibaba. Und zusammen mit der PL8 haben sie das Lied zur Party produziert. Und was fehlt zu einem richtig knallermäßigen Track? Ein knallermäßiges Video. Das haben sie gleich mitproduziert und geschnitten. Und dieses Meisterwerk wurde gleich millionenfach auf Facebook bzw. auf YouTube geklickt. Ja. Das Daumenverhältnis spricht jetzt etwas anderes. Aber naja, überzeugt euch selber. Eins muss ich dazu sagen, das Ding ist schon ein bisschen älter. Also viele von euch sagen, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Aber ich glaube, da gibt es auch welche da draußen, die sagen, Gott, sowas habe ich noch nie gesehen. Bitte bring es um. Sonst liegt es noch Kinder oder irgendwie sowas. Hier ist unser Fundstück der Woche. Die PL8 zusammen mit Alibaba und zur Party. Gott, das verdammt, Leute. Da war der Hauptschulsong noch geiler. Hey Leute, diese Songs von der PL8, das sind Kolikowski, Höppi, Anna, Zunker, Meier, Olli und Dalle. Zieht euch den Song rein. Wuhu! Ich gehe in die Disco, ich mache heute Bad. Ich ziehe mir coole Sachen an, doch da kommt mein Vati. Er fragt, wohin gehst du? Und ich sag, zur Party. Zur Party? Zur Party! Zur Party! Zur Party! Ich ruf meine Freundin an und sie sagt, was geht? Ich sag, heute ist Samstag und sie sagt, konkret. Sie fragt, wohin willst du? Und ich sag, zur Party. Zur Party? Zur Party! Zur Party! Zur Party! Wir sind nur noch vor heute Morgen, wir waren nicht zu Hause. Und wir lachen auf die Socken, um die Party zu rocken. Und wir suchen heute, wo gehen wir an zur Party? Zur Party! Zur Party! Zur Party! Zur Party! Es ist Samstagabend und alle wollen weg. Ein bisschen raus aus dem Alter, ein bisschen Moke. Das brauch ich jetzt. Das brauch ich jetzt. Hey DJ, mach keinen Mist jetzt. Wir wollen abgehen heute Nacht alle zusammen. Wir wollen zusammen, ja. Egal was du für Probleme hast, ganz egal wo du herkommst, wir gehören zusammen. Ja. Es ist Samstagabend und alle wollen weg. Alle wollen weg. Ein bisschen raus aus dem Alter, ein bisschen Moke. Das brauch ich jetzt. Das brauch ich jetzt. Jetzt geht es. Party, y'all. Party, und alle wollen weg. Wir sind jung und wir wollen rocken. Wir wollen nicht zu Hause hocken. Wir machen uns auf die Socken, um die Party zu rocken. Die Frage ist, wo hüllen wollt ihr? Und wir sagen zur Party. Zur Party! Zur Party! Zur Party! Wir sind jung und wir wollen rocken. Wir wollen nicht zu Hause hocken. Wir machen uns auf die Socken, um die Party zu rocken. Die Frage ist, wo hüllen wollt ihr? Und wir sagen zur Party. Zur Party! Zur Party! Tschüssikowski, heiß ist auch mal wieder an dieser Stelle. Das war Club Sounds TV für diese Woche. Bald haben wir 100 erreicht. Ich weiß, wir haben gesagt, wir setzen uns in die Sauna und drehen da. Wollen wir das machen? Boah, das wird echt hartkuchen. Irgendwas müssen wir uns überlegen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, teilt sie doch einfach mal. Ich finde es toll, dass ihr unten in die Kommentare viel mitschreibt. Wir versuchen auch so gut wie es geht dazu antworten. Macht das am besten immer weiter. Das finden wir richtig toll. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Club Sounds TV. Wir arbeiten an unserem Battle. DJ Battle. Da kommt alles. Das wird richtig geil. Also, freut euch auf nächste Woche. Euch noch einen schönen Tag, schönen Wochenanfang oder wann immer ihr die Sendung schaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.